Bananenflank ist ein Fußballverein für die Kinder und wir machen eben Kunst mit einigen Kindern mit sechs oder sieben, die regelmäßig kommen zu uns ins Atelier und da sind wir zu zweit, haben wir die Leitung und überlegen wir uns praktisch für jedes Jahr eine neue Idee, die wir dann umsetzen können. Bei der diesjährigen Jahren-Innesage werden wieder Bilder vom Aufstieg gezeigt und zwar haben die Kinder die Bilder vom Aufstieg, die sind ausgedruckt worden auf Leinwand und die haben sie bemalt. Wir wurden heute eingeladen ein paar Bilder zu zeichnen, Sven und ich. Wir haben uns, denke ich, sehr bemüht, da auch was Schönes hinzuzaubern und wollten einfach den Kindern hier eine Freude machen, dass sie sehen, dass wir absolut dabei sind und dass wir es cool finden, diese Projekte, die laufen und ja, das ist schon eine Herzensangelegenheit. Also ich finde auch einfach die Atmosphäre hier, einfach das Spaß haben hier und auch das Kunstleidenschaftlich hier, also mir gefällt es hier und auch die ganzen Bildmalereien hier, die Graffiti so und so und so und auch die Atmosphäre, also ich finde es super. Also mit jahren Profis ist es heute super, also es ist auch immer super, die heute mal live zu sehen auf jeden Fall, sonst sieht man meistens immer nur im Fernsehen und so und auch die mit ein bisschen zu ratschen, finde ich einfach echt super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.